kollegischer staatschef legt beschwerde ein durchsuchung an der grenze ohne rechtliche grundlage ja vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben aber es musste sein und wir haben gesehen dass es auch durchaus sinn hat waren ja einige träger oder schmuggler dabei politik ja naja kollegenheit und unterhaltung ja geht so der 30 der november ein wundervoller tag für arbeit wir haben wieder 0 grad leichter schneefall was haben wir hier neue sie inspekt oder was bin ich vielleicht haben formell beschwert eingelegt würden nicht mehr untersucht was haben wir dann diplomaten brauchen akkreditierung okay dann können wir hier gucken dokumenten sieht so aus ist hier oben siegel müssen wir gucken dokumenten muss gesiegelt sein ein reise nach als torsga muss erlaubt sein dann haben wir transkript und gucken was die leute erzählen und dann haben wir das und das gut der nächste natürlich habe ich auch wieder musik dabei von band diese elektronische musik viel besser als depech mod oder so wir haben hier gleich einen diplomaten guten dach herr prokop büben ihre ausweisung er ist in ordnung dass sie geld ist hier und sie sind nach als torsga einreiseberechtigt das ist aktuell kollegen jukor stadt das stimmt und sie sind männlich foto team das ist in ordnung bitte sehr der nächste bitte wir müssen sein dass wir viele leute durchkriegen und viel geld verdienen guter tag herr news matthias sie sind in stimm männlich westkreis in republik das ist nicht richtig die stadt gibt es nicht der nächste bitte hat also ihre papiere bereit ist schöne musik hier wieder er ist ja ein falscher dokument man reise genehmigung ja ist nicht gut hat er verkauft bekommen aber muss ja blenden so bitte sehr nächster bitte geschäftlich zu tun ich kann mir schon denken dass das für geschäfte sind aber nun erst bitte erst vier leute das ist will sie wollen sie wollen wo im vereinigte föderation greta peter sie sind die nummer stimm der sagt einwanderung das ist umgrenzt und datum stimmt dann sage ich willkommen in arstotzke der nächste bitte was ist das orden erwartet sie der nächste bitte man trägs was ist das wohl oder mag sie sind matelof del foro sie sind aus italien wir haben datum männlich paradis na das stimmt 24 11 das ist abgelaufen tut mir leid damit müssen sie sehen was sie bekommen neues dokument vielleicht konsulat in kollegen guten tag der herr peter bitte sie sind herr peter wieder aus integrieren sie sind herr peter vorbeigte sie ist das in 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 die wo den einwandern scheint mir in ordnung zu sein bitte sehr haben sie einen schönen tag und ein schönes Leben hier in unserem wunderbaren Land. Guten Tag, Ihre Papiere wieder aus Antegrin. Aha, Sie sind hier Vorbes Rüskern. Und Ihre Ausweisnummer ist in Ordnung. Sie sind aus Glorian. Es ist gültig, Sie sind zu Besuch. Hier haben wir eine kleine Diskrepanz. Einige Monate ist ansonsten in Ordnung. Sie sind zu Besuch. Dann ist das in Ordnung. Bitte sehr. Der Nächste bitte. Guten Tag, Ihre Damen. Sie sind aus Arstotzka. Ihr Foto stimmt. Sie sind Korman Drext. Das ist in Ordnung. Schnell lesen Sie. Was ist hier zu lesen? Ich muss es jetzt lesen. Ein großes Land in der gerupten Führung der Kriege hat die Regierung gierig und paranoid gemacht. Ich selbst überzeugen, haben Sie uns in Ketten zu befreien, oder? Schnell lesen Sie alle. Okay, mach ich. Was ist das? Okay. Dann denke ich, ist das in Ordnung. Bitte sehr. Gehen Sie. Guten Tag, Ihre Papp Pyramida. Sie sind aus Antegrin. Sie sind aus Arstotzka. Und Sie sind aus Arstotzka. Sie sind aus Arstotzka. wir haben hier leider eine diskrepanz ja das ist ein altes bilder haben wir fingerabdrücke für sie müssen wir gucken ob das hier übereinstimmt das ist nicht in ordnung nein ich muss sie leider verhaften lassen widersprechen sie mit den wachen der nächste bitte nur den tag der herr ihre peter sie sind aus obristan ihre name ist eiferts michael und ihre pausenummer ist in ordnung sie wollen durchreisen 14 tage das ist mit gutem datum sie sind männlich und damit ist das genehmigt für mich bitte sehr dann haben wir noch jemanden wer sind sie dann sie sind diplomat martin flang ihre passung ist in ordnung sie sind das als totgebot bildstimm weiblich wir eine kleine diskrepanz entdeckt das machen wir so dass wir das einfach ablehnen und dann kriegen wir vielleicht noch einen hier heute durch guten tag das ist vielleicht ein altes foto eine übereinstimmung josef lujo sie sind aus weddor in kollegen ihre passnummer haben ist hier nicht korrekt ich mache es so ich arrestiere sie das ist ganz offensichtlich ein herr gefälschtes dokument und es kommt jetzt nicht auf die zeit an so tag acht kabine verbessern mit tappschneppel ja klar mache ich wir haben ja immerhin ein bisschen was eingenommen heute war gut 14 leute hier abgefertigt und da kann man sich das schon mal leisten so nicht schlafen die wahrheit von der stotz kam im ersten dezember hochrangiger kollegist ostos gar nicht ja spion als vermisst gemeldet wahrscheinlich tot unterhaltung da ist immer relativ wenig los in der stotz kam und das wetter der erste dezember ein wundervoller tag für arbeit sonne scheint minus drei grad der nächste bitte hallo wieso der spion nein er bist du dann ist wer da kalensk er kriegt guten posten und dann ist er hier gelandet er ist immerhin besser als als meine jetzt verdient er so gut wie nix na das ist bei mir nicht anders pass auf er kriegt bonos wenn er verhaftet und das ist fair wenn ich auch was abbekomme ja immer zwei leute verhaften dann kriege ich fünf dollar klingt gut können wir so machen ist aber nicht so dass ich verhaften werde leute nur um geld zu bekommen das muss schon muss schon verbrecher sein oder schmuggler oder irgendwas mit gefälschten papieren so gehen wir los der erste wieder der erste herrste guter tag die dame sie haben eine brille auf und das ist auch hier an ihrem foto zu sehen das ist sehr gut für lydia da haben wir einen falschen namen ja sie haben einen geändert da brauchen wir einen kleinen abdruck ok das ist in ordnung dann müssen wir noch gucken ob sie da sind und dann machen wir einfach stempel drauf na ist falscher stempel nein genehmigt genehmigt oh nein tut mir leid felicia erneße bitte naja das ist wirklich gewesen guten tag der die sind da letzte kosmos antecrien die sind aus enkion antecrien das gibt es nicht das tut mir leid das ist ein ungültiges document aber gehen sie einfach weg das geht schneller als verhaften so nächster guter tag die damme so nicht viel zeit was ist hier drin im ministerium gelogen das wird bloß nicht verwechseln und geben wir das und das behalten wir so nächster bitte guten tag her ihre papiere bitte sind thomas rodrique aus bristan ihre passnummer stimmt und sie wollen einwandern aber das ist in ordnung sie wollen zu ihrer frau ziehen da wir haben nichts dagegen man und frau das passt gut zusammen so bitteschön und wurde dank der damme sie brauchen eine reise genehmigung dankeschön das ist gut sie sehen er ja my dani und ihre passnummer ist in ordnung von das stimmt einwanderung begrenzt datum stimmt datum stimmt weiblich das ist dann in ordnung müssen wir drücken grünen stempel in ordnung der nächste bitte machen sie mehr keine negge nächste gottentag ihre papiere bitte habe ihre sie sind der mann von ministerium aus zehn kräfte dollar ja da habe ich etwas für sie bitte sehr der nächste bitte sind alle registrieren da kann ich fahren kaufen heizung oder extra essen guten tag herr ansel love check sie wollen hier jemanden besuchen für 30 tage das ist in ordnung und wort auf stimmen basen ist in ordnung der 20.12. ist in ordnung gross grüß ihn integrieren das ist auch in ordnung sie sind männlich offensichtlich dann können sie passere bitte sehr und der wäse kommen sie bitte rein nicht drängen hier kommen alle dran heute oder nach ihrer biete sie sind hier auf der durchreise herr demu korkeakowski das ist der griechisch wie ich glaube und geboren saddam ist nun männlich boston in republik und daddam stimmt aber ihr pass ist leider abgelaufen wiederholen sie sich ein aktuelles dokument der erste bitte guter kleine frau sie sind olia bordenko und sie sind aus paradisen aus totzga ihre größe und ihr kilogramm ist nicht in ordnung sie sind ein bisschen schwerer oder haben zugenommen können wir vielleicht einmal gucken in nacktfoto na das habe ich mir gedacht da haben wir schmuggelgut es war ein grosser fährle dass sie hergekommen sind hier verhaftet wieder raus nächster guten tag der herr bitte ihre papiere herzegger watson sie sind hier wegen arbeiten brauchen sie einen arbeitsausweis bitte haben sie ausweis dabei ich konnte mir keine besorgen das tut mir leid bitte besorgen sie sich eine das ist sehr gut können wir kurz die nummer die die sieger stehen das ist gut dann haben wir ihre genehmigung sie sind jesper marzen das ist hier auch in ordnung und ihre passnummer stimmt über ein foto stimmt dabei ein ja haben sie gesagt ein ja ja das ist dann in ordnung auch das ist gut sie sind männlich und groß groß liegt aber nicht in der föderation das ist möglicherweise ein kleiner fehler hier in ihrem dokument bitte lassen sie das korrigieren und kommen sie dann bitte so der nächste guten tag madame sie möchten hier besuchen für 14 tage sie sind maria koschkinke sie sind weiblich aus weder und das datum stimmt wildsteam besuch stimmen 23 11 das ist schon wieder abgelaufen deswegen müssen sie sich alle neues dokument und dann sehen wir uns morgen wieder um sechs uhr mache ich auf können sie morgen um sechs uhr kommen da war doch wieder ein guter tag nur zwölf leute heute durch die bestechung habe ich hier 15 dollar verdient 55 klingt aber nicht toll ja das war es dann aber schon wieder heute zwei tage in einem video das muss reichen mein name ist voxy das ist papers please und wir sehen uns beim nächsten mal bis dann ciao ciao